So, im Stadtzentrum. Okay. Neues Gebiet. Hoppala. 11. Oktober, aber das wäre schon ein Jahr. Überleg mal, wenn ich morgen meinen Arm durch einen anderen Roboterarm ersetze und dann am nächsten Tag auch meinen anderen Arm und dann meinen Körper und so weiter, werde ich alle Teile ausgetauscht und meine Software aufgerüstet haben. Du hast Fragen, Kollege? Okay, so wie es aussieht, müssen wir nach ganz oben in die Stadt. Okay, so wie es aussieht? Ja, okay, okay. Ja, gut, hier kommen wir jetzt nicht weit. Nicht, dass ich jetzt irgendwas übersehe. Ja. Ja, endlich, ich bin in einem Karton. Ja, geil, endlich. Unhöflich. Ich bin in einem Karton. Ich bin in einem Karton. Ich bin in einem Karton. Okay. Zur Residenz. Ich muss mal da lang. Ich kann mal einfach rein, ne? Ich bin in einem Karton. Oh, okay. 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 Ich bin in einem Karton. Das ist ja lustig. Ich bin in einem Karton. Ich bin in einem Karton. Okay. Gehen wir mal weiter. Ich will jetzt halt irgendwie nichts verpassen. Ich bin in einem Karton. Okay. Ich weiß nicht mehr. Okay. Jetzt ist das irgendwie nichts mehr. Mach mal das nochmal. Fünd mal so frei und kommt einfach in eure Hut. Das Haus ist gleich rechts, wenn du meinen Laden verlässt. Okay. Danke für den Tipp. Okay. Ich will mich aber noch ein bisschen umschauen. Das sieht sehr vielfältig aus. Irgendwas gibt es hier bestimmt zu erkunden. Hier waren wir ja. Wie tischt der? Halt dein Maul. Ich bin eine Katze im Heft. Ich will das gar nicht haben. Ich raub dich jetzt aus. Hau auf aus meinem Laden. Geht ja gar nicht. Denkst du denn wer du bist? Hallo? 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 Schöpfe Okay, mal schauen, ob wir hier irgendwo eine Kassette finden. Aber hier waren wir ja schon. Okay. Dann sieht's so aus. Gut, da kommen wir nicht lang. Erstmal. Okay. 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 Irgendwie total hieblich. Nix. Oh, oh. Ein Tier in der Küche, das geht gar nicht. Buch. Ach. Oha, was haben wir denn hier? Oha, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier übersehen noch? Ich will hier wieder runter. Komm ich jetzt hier wieder. Bisschen anderen Ausweg oder was? Nein, du sollst runter. Hm, das klingt lecker. Bisschen und was? Das war jetzt ein Bug. Okay. Hier waren wir schon drinnen. Ich glaube, wir müssen uns einen anderen Weg... Garnt. Grüß! Gernt! Wie ist das? Nichts! Gut? Guck! 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 Ah, so ein alles, ha? Kann ich da nicht irgendwie rein oder so? Ich komme da nicht rein, aber ich muss da, glaube ich, rein. Okay. 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 Ach. Kann ich da durch die Wand schauen? Na, man kann da reinschauen. Das ist eine Lücke in der Wand. Ich glaube, ich habe Glück. Ich habe keinen Fehler gefunden. Gehen wir da drauf? Nö. Okay. Wir kommen. Wir kommen. Super. Ich glaube, hier waren wir schon. Wir kommen. Okay. Wir kommen. Wir kommen. Da haben wir es doch. Hallo. ja wieder ein karton und habs bis wieder ein karton sehr schön ja 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 das ist ja billig montiert waren das alle? ne da ist noch einer ne hä? war das hier? doch das waren alle ok so ich komm ich gleich 3? wo ist es denn? warte mal wo ist denn die dritte? musste seitdem ist ja 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 bin ich da ist keine mehr ach da na na Das waren einfach Profis, die das Ding montiert haben. Kann ich hier runterspringen? Richtig, mir wahrscheinlich alles. Okay, kommen wir gleich. Ich rede mal mit euch. Okay. Okay. So, wie es aussieht, müssen wir auch leicht Charakter haben. Okay. Nice, danke. Okay. Von hier kommen wir eben. Okay. Ich bin eine Katze. Ich bin eine Katze, du Hund. Ist eine Erinnerung, oder? Sehe ich das richtig? Nee. Was funke ich hier denn so? Okay. Ach. Ach. die 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 n ich schaue mir erst mal deine Hütte an Okay, da ist irgendwas. Ich bin gleich da. Irgendwas ist da. Jetzt schlafe ich hier. Keine Zeit. Wir müssen mir doch erstmal die Bude hier angucken, nicht dass ich hier irgendwas verpasse. Eine Atom-Batterie. Okay, da ist eine Bombe. Ich glaube, hier ist mehr nicht. Ich kann jetzt auch schlittern. Schauen wir mal. Ja. da war es wieder okay im kreis laufen ok wir müssen jetzt erst mal die kassette loswerden solche seid ihr eine bar Ist das eine Goldkette? Nö Noch eine Quillard hier So Ein Ja Na 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 ja Das scheint ja irgendwie alles irgendwas mit einem 11. Oktober zu tun haben. Oh, der ist ja sowas von hacke-dichter. Ey, jetzt sagt er nicht. Genau was. Nö. Ha, eingelocht, eingelocht und eingelocht. Okay. Nee, bei dem Kollegen war er schon. Das ist ja auch niedlich. Eindeutig genug gepennt. Du warst ein sehr gemütliches Bett. Dafür bin ich dir zu Dank verpflichtet. Aber wir müssen euch retten. Ich hab jetzt irgendwie, glaube ich, nur vergessen, wo das mit dem Radio war. Nee, von hier kommen war. Wir haben mal hier hinten irgendwas vergessen. Nö, nix. Nee. Nee, nicht. Eh, ich bin nicht mehr. An voluntarily ist nicht mehr. Okay. Das war der Unwürfliche. War das hier? Ja, hier war das. Geil. Waren wir böse? Das war war laut. So eine Goldkette? Nee, das nicht. So eine Goldkette? Nee. Okay. Ich weiß nicht, warum. So lange ich, glaube ich, hier bewege. Das ist so meine Bewegungsaktivität. Ah, okay. Nee. Ich werde schlauer. Okay. Okay. Wir warten. Ich denke mal, da stehen hier jetzt auch was. Nein. Genau. Wir warten. Ich glaub, das scheint dem, glaub ich, völlig jackige Hose zu sein, ob ich hier drin bin oder nicht. Wir sind einfach die Gangster hier. Ui, da gab's grad nur einen Aufnahmeabbruch. Halb so wild. Es geht weiter. Mmmh. Okay. Okay. Achso, das war ja der. Hier war ich auch schon. Okay. 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 Okay.